Servus und willkommen zu einer neuen Weinverkostung. Heute einmal in Italien im Weinbaugebiet Toscana. Das ist der Akku vom Weingut Monte Bolesso. Das ist Jahrgang 2020. Das ist eine Assemblage. Assemblage ist ein Maschnitt und der ist aus mehrteilig Montepolciano, Cabernet Sauvignon und Sanchoese. Mit kleinen Anteilen von Marcelin und Alicante Boucher. Und den verkosten wir jetzt. Also Farbe hat man schon eine richtig schöne, kräftige Farbe hat. Im Geruch ist es schön dunkelbärig. Die Dörzweck kommen schön aus. So Brombeeraromen, leichte Johannisbeeraromen, ein bisschen Achrizia da drinnen, leichter Vanilleton. So die Hulsaromen mit Lerche. Und jetzt verkostet man. Im Geschmack arbeitete es schön dunkelbärige, Lille, Kritze, Ruhezeromen, Vanilleton. Er hat einen mittelkräftigen Körper mit einer schön eingebundenen Säure. Also mittelkräftigen Säure, grobkündiger Tarnine und einen Lommenabgang. Ist auch super rein zum trinken. Der Akku von mein Gott Montelesso aus der Toscana. Müsst unbedingt probieren. Wenn ihr Fan von italienischen Wein und Salzleitern Müsst den unbedingt probieren. Würde ich euch raten. Würde ich euch echt empfehlen. Top Wein zum probieren. Euer Manuel. Bis zur nächsten Weinverkostung. Ciao, ciao. 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 Ciao.